Hallo meine lieben Zuschauer und Abonnenten, wie ihr mit Sicherheit wisst, ist ja heute Heiligabend, der 24.12.2012 und auch wie letztes Jahr habe ich auch dieses Jahr keine Kosten und Mühen, das heißt doch Kosten schon, aber keine Mühen gescheut, euch wieder mal ein neues Weihnachtsspecial zu schneidern. Wie wird das ablaufen? Ganz einfach, dieses hier ist der Hauptteil des Weihnachtsspecials, praktisch eine eigene Art Radiosendung oder eine Art Sendung allgemein. Daraufhin folgen noch weitere drei Weihnachtsfolgen, einmal zuerst Risen, dann Subculture und Mass Effect Risen wird heute noch am Heiligabend mit veröffentlicht, Subculture morgen am ersten Weihnachtsfeiertag und die Mass Effect Weihnachtsfolge am zweiten Weihnachtsfeiertag, sprich am 26.12. wird sie veröffentlicht werden und das wird ein ganz großartiges, spaßiges Event für uns alle werden, hauptsächlich für mich, weil ich habe ja schon das meiste davon aufgenommen, das meiste davon schon produziert und ich hatte eine Menge Spaß dabei gehabt. Wie auch schon letztes Jahr habe ich, um euch die entsprechende Dosis an Ohrenfolter zu gönnen, habe ich euch wieder einmal ein paar lustige Dinge eingesungen, in nicht ganz nüchternem Zustand. Ich habe zum Teil einiges an Milch getrunken, macht sehr viel Spaß und wie auch letztes Mal versuche ich dem Ganzen relativ unprofessionell entgegenzuwirken. Das heißt, die meisten Lieder waren für mich One Takes oder Second Takes. Das heißt, ich habe nicht irgendwie 20 Mal das Lied aufgenommen, habe gesagt, ach hier muss ich noch ein bisschen schneiden, hier muss ich die Töne noch ein bisschen zurechtschieben, damit das irgendwie besser klingt, wie in der heutigen Popkultur. Nein, ich bin, habe einfach gesungen, wie mir die Laune und die Stimme gerade so gewachsen waren. Bei den Geschichten habe ich mir allerdings etwas mehr Mühe gegeben. Ja, es gibt auch Geschichten. Ich habe diesmal zwei Geschichten für euch parat. Einmal James Criss, die Schildkrötengeschichte und eine weitere sehe ich gerade nicht, wie die heißt, aber glaubt mir, es gibt noch eine weitere Geschichte. Und bei der zweiten Geschichte hat mich die liebe Amygdalae unterstützt, wie auch in einem Lied, was ihr wahrscheinlich hören werdet. So, ich würde mal sagen, ich halte ein bisschen die Klappe und starte auch sofort mit dem ersten Lied, was ich einmal wähle mit, ach komm, morgen kommt der Weihnachtsmann. Wunderbar. Wir sehen uns gleich wieder. Oder beziehungsweise wir hören uns gleich wieder. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Kommt mit seinen Gaben. Äpfelnüsse wünsch ich mir. Zottelbär und Panthertier. Ross und Esel, Schaf und Stier möchte ich gerne haben. Doch du weißt ja unseren Wunsch, kennst ja unsere Herzen. Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa. Alle, alle sind sie da. Warten dein mit Schmerzen. Na, war das nicht eine wundervolle Interpretation, Neuinterpretation dieses wunderbaren alten Musikstückes? Ich nehme an, ihr seid schon total in Weihnachtsstimmung und ich habe mir natürlich vorher schon überlegt, nebst dem Xellophon, was ihr am Anfang schon gehört habt und was ich mir tatsächlich extra für dieses Weihnachts-Special geholt habe, habe ich mir natürlich auch etwas Wunderbares gebastelt. Was kommt in allen Schlagersendungen und in allen Pop-Weihnachtssongs zuhauf vor? Völlig übertrieben und völlig unnötig in der Regel. Ich sage es euch, es sind Schellen und deswegen habe ich mir, ich glaube, 100 Schellen gekauft, habe sie an eine Socke genäht, zumindest 10 davon und habe deshalb mit dieser wunderbaren Handwerkskunst, habe ich Knut die Schellensocke erschaffen, die ich kurz mal hier einläuten möchte und die ihr wahrscheinlich auch gerade irgendein Bildchen seht. Ich finde Knut die Schellensocke einfach großartig, weil sie wirklich gut weihnachtlich klingt. Aber ich hatte mir erst überlegt tatsächlich, ob ich einfach mal während des ganzen Weihnachts-Specials so einen ganz normalen Schellen-Sound so, im Hintergrund laufen lasse, habe mir dann überlegt, nein, das könnte vielleicht doch ein bisschen zu sehr nerven, denn immerhin singe ich schon und das ist schon schlimm genug. Und apropos singen, ich würde mal sagen, ich haue nochmal ein neues Lied rein und versetze euch damit einen groben Stoß in Richtung Weihnachtlichkeit. Bis gleich! Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Oh, das rockt. Kehrt mit seinen Segen ein in jedes Haus. Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Oh, doch doch, war doch cool was. Hier! Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Sag's den Kindern allen, dass mein Vater ist. Dem sie wohl gefallen, der sie nie vergisst. Oh, yeah. Ende. War das wie eine schöne Version von alle Jahre wieder. Einfach nur herrlich. So, nun will ich auch mal gleich ohne großartige Umschweife tatsächlich mal zur ersten Geschichte kommen, die ich extra für dieses Weihnachts-Special aufgenommen habe. Wie gesagt, das sind zwei Geschichten. Die erste Geschichte, ich will nicht lange drum herum reden, ist James Criss, die Schildkröten-Geschichte. Viel Spaß. James Criss, Schildkröten-Geschichte. Es war der 24. Dezember und es schneite. Gleichmütig und gleichmäßig fiel der Schnee. Er fiel auf die Fabrik für künstliche Blumen und sein frisches Weiß gab dem hässlichen Backsteinhaus etwas beinahe Heiteres. Er fiel auf die Villa des Fabrikanten, die ringeckige Fassade er mit gefälligen Rundungen versah und er fiel auf das Einfamilienhaus des Werkmeisters, aus dem er ein drolliges Zuckerhäuschen machte. In den Hallen der Fabrik war um diese Zeit keine Menschenseele. Ein missglücktes Pfeilchen aus Draht und Wachs sinnierte im Kehricht einfach vor sich hin. Eine eiserne Tür zum Hof bewegte sich quietschend in den ausgeleiderten Scharnieren. In der Villa nebenan telefonierte die Gnädige zum vierten Mal, aufgeregt mit der Tierhandlung wegen der bestellten Schildkröte. Im Einfamilienhaus schrieb das jüngste Kind der elf Kinder, die kleine Sabine, zum vierten Mal ihren Wunschzettel. Lieber Weihnachtsmann, ich möchte eine Schildkröte haben, deine Sabine. Die Gnädige erwartete die Schildkröte zur Suppe. Sabine erwartete sie als Spielgefährtin. Und der Zufall in Gestalt eines Botenjungen sprach die Schildkröte derjenigen zu, die sie verdiente. Hier muss endlich bemerkt werden, dass die Villa und das Einfamilienhaus eine Kleinigkeit gemeinsam haben. Das Namensschild an der Tür. Auf beiden Schildern las man Karel Moosmann. Zwar las man bei den Fabrikanten einen Buchstaben mehr, nämlich Karel F. Moosmann, aber für derlei feine Unterschiede haben Zufälle und Botenjungen kein Auge. So kam es, dass die Schildkröte nicht in die Villa, sondern in das Einfamilienhaus gebracht wurde, wo man sie freudig und artlos in Empfang nahm. Vater Moosmann glaubte weder an Engel, die als Botenjungen verkleidet kommen, noch an die Gaben guter Feen. Aber er glaubte daran, dass die kleinen Wünsche kleiner Kinder manchmal erfüllt werden, ohne dass man erklären kann, wie. Deshalb freute er sich, als der Zufall seinen Glauben bestätigte. Sabine erhielt das unerwartete Geschenk schon vor der Verscherung. Die erste Begegnung mit dem Tier verlief für beide Teile etwas unglücklich. Die Schildkröte unterschied sich von der geliebten Bilderbuchschildkröte nämlich dadurch, dass sie zappelte, wenn man sie aufhob, und dass sie bei ungeschickter Berührung sogar fauchte. Das irritierte Sabine so heftig, dass sie das Tier fallen ließ. Zum Glück fiel es nicht tief. Sabine maß noch keinen Meter. Das Mädchen konnte vor Schreck nur Plumps sagen. Doch dann hob sie das Tier trotz der strampelnden Beine wieder auf, streichelte den hell- und dunkelbraun geschuppten Panzer und sagte, Armer Plumps! Und damit war das Tier getauft. Aus einer beliebigen Schildkröte war sie zu einer Bekannten geworden, zur Schildkröte Plumps Moosmann. Indessen telefonierte die Gnädige, die Frau Moosmann aus der Villa, zum fünften Mal mit der Tierhandlung und ihre Stimme kippte zuweilen ein bisschen über. Ist doch ein großer Unfug! Wie kann sie hier sein, wenn sie niemand gebracht hat? Bitte? Nein, Schildkröten-Suppe! Was sagten sie? Die letzte? Es wird ja immer heiterer. Ich habe sie doch zeitig genug bestellt. Ist denn der Bote noch nicht zurück? Wie? Also dann rufe ich in einer halben Stunde noch einmal an. Adieu! Der Hörer fiel Scheppert in die Gabel und die Gnädige in einen Sessel. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihr Sohn Alexander in der Tür stand. Bekomme ich heute eine Schildkröte zu Weihnachten, Mama? Die Schildkröte ist für die Suppe, Alex. Vater wünscht sich eine echte Mock-Törtel-Suppe zum Fest. Alexander zog eine Schnute, die ihm reizen stand, und wollte abziehen, aber er besand sich anders, drehte sich noch einmal um und äußerte betont beiläufig. Sabines Schildkröte heißt Plumps. Sie wird nicht zur Mock-Törtel-Suppe verarbeitet. Dann wollte er endgültig gehen, aber diesmal hielt die Mutter ihn zurück. Was ist das für eine Schildkröte, von der du sprichst, Alex? Sabine hat heute Nachmittag eine Schildkröte zu Weihnachten bekommen. Sie weiß nicht von wem. Sie heißt Plumps. Heute Nachmittag, sagst du? Warte bitte! Zum sechsten Mal an diesem Nachmittag telefonierte Frau Moosmann, die von der Frau Moosmann nebenan, die Gnädige genannt wird, mit der Tierhandlung. Der Bote war gerade zurückgekommen und berichtete, dass er das Tier bei Karl Moosmann abgeliefert habe. Damit war die Sache klar. Sabine hatte versehentlich die Schildkröte bekommen, die in der Villa bestellt waren. Also wurde Alexander ins Nachbarhaus geschickt, um den Irrtum aufzuklären und die Schildkröte herüberzuholen. Die Moosmann-Kinder nebenan waren allesamt rothaarig. Das Rot ihrer Schöpfe reichte vom blassen Gold bis zum Zinnober. Sie waren gerade dabei, sich für die Bescherung umzuziehen, als Alexander herübergestürmt kam. So traf der Bub nur Mieze, die Älteste, die in der Küche stand und kochte. Die kleine Sabine bemerkte er nicht, denn sie hockte mit ihrer Schildkröte hinter der halboffenen Küchentür. Du, Mieze, es ist unsere Schildkröte, schrie er ohne jede Einleitung. Wir brauchen sie für die Mocktörtelsuppe. Der Bote hat sie aus Versehen zu euch gebracht. Mocktörtelsuppe kocht man aus Kalbsköpfen, nicht aus Schildkröten, bemerkte Mieze, denn sie besuchte eine Kochschule. Trotzdem ist es unsere Schildkröte. Wo ist sie? Mieze zog damit in Schultern und schielte unauffällig zur Küchentür. Aber weder Sabinchen noch die Schildkröte waren zu sehen. Sie gab Alexander den Rat, im ersten Stock nachzuforschen. Im Mädchenzimmer des ersten Stocks fingen vier Moosmann-Mädchen bei Alexanders Eintritt zu kreischen an. Sie probierten gerade drei gewaltige Petticoats. Das belustigte Alexander, aber die Schildkröte fand er hier nicht. Im jungen Schlafzimmer spielte er mit drei Moosmann-Buben-Domino. Das war aufregend, aber die Schildkröte hatte er noch immer nicht. Auf der Treppe lief er dem alten Moosmann in den Weg, der schon vor der Verwechslung gehört hatte und die Stirn krauste. Wenn die Schildkröte euch gehört, muss Sabine sie zurückgeben, meinte er. Es gibt ja noch mehr Schildkröten auf der Welt, sagte einer Mutter, wir berechten das Tier, sobald wir Sabine gefunden haben. Alexander raste mit dieser Nachricht in die Villa zurück und zehn Moosmann-Kinder suchten Sabine mit ihrer Schildkröte. Eine Stunde später suchte man das Schwesterchen immer noch. Schließlich wurde Mieze in die Fabrikanten-Villa geschickt, um nachzuforschen, ob Sabine vielleicht dort sei. Aber auch dort war das Mädchen nicht. Erst jetzt begriff Mieze, was geschehen war. Sabine hatte die Unterhaltung in der Küche belauschen, sich mit ihrer Schildkröte irgendwo versteckt, um das Tier behalten zu können. Aber wo steckte das Kind? Mieze erzählte der Gnädige von ihrer Vermutung und fügte hinzu, Echte Mock-Törtel-Suppe wird übrigens aus Kalbskopf hergestellt, obwohl man sie fälschlich auch Schildkröten-Suppe nennt. Sind Sie ganz sicher? fragte die Gnädige. Ganz sicher, antwortete Mieze. Ich besuche einen Kochkurs. Außerdem können Sie es in jedem Lexikon nachlesen. Danke für die Belehrung, mein Kind, erwiderte die Gnädige. Unter diesen Umständen erlaube ich Sabine, die Schildkröte zu behalten. Vorausgesetzt, wir finden Sabine, sagte Mieze und verließ die Villa. Draußen schneite es noch immer. Es dunkelte schon und die Stunde der Bescherung rückte näher. Aber im Haus der Moosmann-Kinder zeigte sich keine Sabine. Hin und wieder kam Alexander von der Villa herüber und fragte, ob das Mädchen gefunden sei. Aber er kehrte jedes Mal ergebnislos zu seiner Mama zurück. Gegen halb fünf zog die Gnädigerin Pelzmantel an und ging selbst ins Nachbarhaus. Obwohl sie für die heillose Verwechslung nichts konnte, fühlte sie eine Art Mitschuld. Mutter Moosmann saß als ein Häufchen Elend in der Küche. Vater Moosmann donnerte sinnlose Befehle ins Haus und scheuchte seine Kinder in den entfertesten Winkel. In diesem Wirrwarr verwandelte sich die nervöse Aufregung der Gnädigen Frau plötzlich in erstaunliche Tatkraft. Frau Moosmann, bereiten Sie Bescherung vor, sagte sie in so entschiedenem Tonfall, dass Mutter Moosmann wirklich aufstand und sich am Küchentisch zu schaffen machte. Glauben Sie wirklich, wir finden Sabine? Mutter Moosmann schluckte bei der Frage. Wir werden Sie alle zusammensuchen, antwortete die Gnädige. Und ich bin sicher, wir finden Sie. Unter Leitung der Gnädigen begann eine planmäßige Suche durch das ganze Haus, in der sich Vater Moosmann merkwürdig widerspruchslos beteiligte. Der Kloß in seiner Kehle wurde immer kleiner, als er eine Aufgabe hatte. Aber der Kloß wuchs zur alten Größe an, als nach einer halben Stunde das Ergebnis der Suche feststand. Sabine war nicht im Haus. Jetzt waren die Gnädige nicht mehr so zuversichtlich wie zuvor, aber sie zwang sich erst niemanden merken zu lassen. Sabine hat das Haus verlassen, stellte sie mit betont sachlicher Stimme fest. Wir müssen die ganze Nachbarschaft durchkämmen. Ich habe einen Mann, einen Sohn und zwei Dienstboten. Die werden mitsuchen. Jeder bekommt ein Revier. Ich übernehme die Fabrik. Zunächst wurde von der Villa aus mit der Polizei telefoniert. Aber die hatte kein Mädchen mit Schildkröten aufgegriffen. Immerhin wollte sie die Augen offen halten. Dann schwärmte man, einschließlich Fabrikant und Hausmädchen, nach einem genau durchdachten Plan unter dem wirbelnden Schnee in die Häuser und Gassen der Nachbarschaft aus. Die Gnädige schritt entschlossen in den Hof der Fabrik und deckte hier eine weit offen stehende Eisentür. Als sie durch die Tür in die Fabrik trat und das Licht einschaltete, hörte sie aus einer entfernten Ecke der riesigen Halle ein Art leises Quieken. Sie wandte in den Kopf und entdeckte rechts hinten in der Ecke ein ganz in sich zusammengekrümmtes Geschöpfchen. Sabine. Aber Kind, was machst du denn da? Ihre Stimme halte kalt und fremd durch den Raum. Du kriegst die Schildkröte nicht, schrie das Mädchen. Plumps gehört mir. Erst jetzt bemerkte die Gnädige, dass Sabine auf dem Kehrichteimer hockte und die Schildkröte auf dem Schoß hatte. Sie schritt quer durch die Halle auf das Mädchen zu, das jetzt noch mehr in sich zusammenkroch und ihr mit großen, ängstlichen Augen entgegensah. Du kannst die Schildkröte behalten, Sabine. Ich brauche sie nicht mehr. Das Kind umklammerte die Schildkröte, ihre Augen verrieten Zweifel. Die Gnädige war verwirrt und wiederholte, du kannst die Schildkröte behalten. Als sie fast vor Sabine stand, rief das Mädchen, du lügst, du willst Suppe aus dir kochen, aber man kann die Suppe auch aus Kalbsköpfen kochen, sagt Mieze. Jetzt musste die Gnädige lachen. Du hast recht, gab sie zu. Die Suppe, die ich kochen will, machen aus Kalbskopf, deswegen brauche ich überhaupt keine Schildkröte. Ich schwöre, dass es meine Schildkröte ist. Halb befremdet, halb belustigt, legte die Gnädige eine Hand auf das Herz, hob die andere zum Beschwur und versicherte feierlich. Ich schwöre, dass die Schildkröte mit Namen Plumps der Sabine Moosmann gehört. Jetzt glaube ich dir. Das Mädchen stand auf, setzte die Schildkröte zu Boden und sagte, Nun zeige ich dir, wie schnell Plumps laufen kann. Zeig es mir später, Sabine. Wir müssen heilen. Ich glaube, du hast dich erkältet und Plumps muss auch in die Werbung zurück. Die meisten Schildkröten halten nämlich in dieser Zeit ihren Winterschlaf. Weiß ich, sagte Sabine mit Kennermine. Ich muss eine Kiste mit Torofiäplumps besorgen. Plötzlich begann die Schildkröte heftig mit den Beinen zu strampeln und Sabine fing an zu niesen. Da griff die Gnädige entschlossen die freie Hand des Mädchens und ging mit ihren Pfeilen in den Schnee hinüber zum Haus der Moosmannkinder. Unterwegs meinte Sabine, Wenn du keine Schildkröte aus Schildkröten kochst, könntest du dir eigentlich eine Schildkröte zum Spielen anschaffen. Geht nicht, Sabine. Plumps war die letzte Schildkröte in der Tierhandlung. Die anderen liegen im Winterschlaf. Das kleine Mädchen blieb plötzlich stehen, zögerte einen kurzen Augenblick, blickte die Schildkröte an, die sich unter ihren Panzer verkochen hatte und legte sie sanft der Gnädigen in den Arm. Ich schenke sie dir zu Weihnachten. Es gibt ja noch andere Schildkröten. Ich bestelle mir eine im Frühjahr. Die Gnädige sah verwirrt auf die Schildkröte, die auf dem weichen Pelz des Mantels vorsichtig den Kopf hervorstreckte. Es gefällt dir bei dir, sagte Sabine. Trotzdem glaube ich, dass du mehr Zeit für die Schildkröte hast als ich, Sabine. Ich gebe dir das Geschenk zurück. Wieder wechselte das verschüchterte Tier den Besitzer. Sabine strahlte. Du hast recht, meinte sie. Ich kann mich mehr um Plumps kümmern als du. Außerdem ist sie ja schon an mich gewöhnt. Du bist viel netter als ich dachte. Vielen, vielen Dank und fröhliche Weihnachten. Die Gnädige schluckte ein bisschen und sagte, Fröhliche Weihnachten, Sabine. Dann wanderten sie Hand in Hand weiter und wurden bald von den Flocken verdeckt, die gleichmäßig und gleichmütig auf Gerechte wie auf Ungerechte fielen. Ah, wie süß. Ja, ja. So, bevor wir jetzt am Mygdalewi angekündigt ins Boot holen, werde ich euch noch ein, zwei neue Lieder spendieren, die ich extra für dieses Weihnachtsfest schon noch aufgenommen habe. Da folgt zum ersten, Es ist ein Rosensprungen, bei dem ich sehr viel Spaß hatte. Und dann Schnee, Schnee, Schnee in zwei verschiedenen Versionen. Viel Spaß dabei. Es ist ein Rosensprungen aus seiner Wurzelsart, Als uns die alten Sungen von Jesse kam die Art und hat ein Bühmlein bracht, Mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Magd. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Wahr Mensch und wahrer Gott Hilft uns aus allem Leide Rettet von Sünd und Tod Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Weh mir beide Hände voll, dass ich mir ein Schneeball roll Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Weh den Schneemann überm Zaun Wollt uns einen Schneemann bauen Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Weh mir beide Hände voll, dass ich mir ein Schneeball roll Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Schnee, Schnee, Schnee Liebes Mündchen, weh Weh den Schneemann überm Zaun Wollen uns einen Schneemann bauen Schnee, Schnee, Schnee So, nun ist Amygdalae im Geiste zumindest bei uns. Amygdalae kennt ihr wahrscheinlich aus meinem Let's Play Together, wo wir Home zusammengespielt haben. Das war ganz witzig. Und etwa ähnlich witzig war es, mit ihr einen Song einzusingen, den wir nur für euch eingesungen haben, weil er voll kitschiger Schleimigkeit nur so trieft. Und es war richtig schlecht, weil ich hätte das Lied damals bis zu dem Zeitpunkt zum zweiten Mal oder zum dritten Mal vollständig gehört. Das hört meiner Stimme auch an. Sie kann viel besser singen als ich, aber hört es selbst. Weihnacht darf kein Mensch alleine sein. Weihnacht holt mich diese Sehnsucht ein. Weihnacht wird es nur, wenn du mich küsst und zurück, zurück in meinen Armen bist. Ein Jahr ist vorbei, ich war dir nur treu. Weihnacht, hab ich dir mein Herz geschenkt. Mein Engel flog davon, träume nur Illusion. Sag mir, dass du manchmal an mich denkst. Weihnacht wird es nur, wenn du mich küsst. Weihnacht wird es nur, wenn du mich küsst. Weihnacht wird es nur, wenn du mich küsst. Und zurück, zurück in meinen Armen bist. Du warst tränennah, weil es Liebe war. Stunden, die ich nie vergessen kann. Komm, dreh die Zeit zurück. Wir waren doch pures Glück. Tränen, weil wir so gesegnet waren. Und vor der Tür stehst du vor mir. Du sagst, ich hab dich doch auch so sehr vermisst. Baby, ich vermiss dich jede Stunde mehr. Baby, ich vermiss dich jede Stunde mehr. Bin ich von dir. Sag, ich komm zurück zu dir. Weihnacht darf kein Mensch alleine sein. Weihnacht holt mich diese Sehnsucht ein. Weihnacht wird es nur, wenn du mich küsst. Und zurück, zurück in meinen Armen bist. In meinen Armen bist. Oh, der fließt der Schmalz in Strömen. Himmelarsch, ey. Traurig aber war, aber bei diesen Aufnahmen waren wir nicht betrunken. Und ebenso wenig waren wir betrunken bei der folgenden Aufnahme unserer kleinen Weihnachtsgeschichte. Viel Spaß. Paul Marr, der doppelte Weihnachtsmann. Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich anfing nicht mehr so recht an den Weihnachtsmann zu glauben. Gibt es den Weihnachtsmann eigentlich wirklich? fragte ich Mama, als wir am Nachmittag gemütlich zusammensaßen und Weihnachtsschmuck bastelten. Du hast ihn doch oft gesehen, sagte Mama. Erinnerst du dich nicht an letztes Weihnachten? Wir hereinkamen hier ins Zimmer mit seinem langen Mantel und seinem weißen Bart. Wir haben doch zusammen Weihnachtslieder gesungen. Ja, ja, sagte ich. Aber wie viele Weihnachtsmänner gibt es eigentlich? Und der kommt auch zum Klaus? fragte ich weiter. Klaus ist mein Freund. Er wohnt ein paar Häuser weiter. Ja, natürlich, sagte Mama. Und zur Elke nach Paderborn auch? Elke war vor zwei Monaten mit ihren Eltern nach Paderborn gezogen. Ja, zur Elke auch, sagte Mama. Und zu den Kindern in München und in Hamburg? fragte ich. Zu denen kommt er auch. Wie kann er denn am gleichen Abend in München und in Hamburg und in Paderborn sein? fragte ich. Pff, wie er das kann, weiß ich auch nicht, sagte Mama. Er kann es halt. Dafür ist er eben der Weihnachtsmann. Als Weihnachtsmann kann er vielleicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Damit waren meine Zweifel aber noch lange nicht verschwunden. Ich hatte sogar einen bestimmten Verdacht. Wieso ist Papa eigentlich nie dabei, wenn der Weihnachtsmann kommt? fragte ich. Mama tat erstaunt. Ist er denn nie dabei? fragte sie. Nein! antwortete ich. Jedes Mal sagte er am Weihnachtsabend, er müsse noch was erledigen. Und dann geht er weg. Und gleich darauf kommt dann der Weihnachtsmann. Und wenn der Weihnachtsmann mit dir und mir Lieder gesungen hat und wieder weggegangen ist, dann kommt der Papa zurück und fragt uns, wie es denn gewesen sei mit dem Weihnachtsmann. So ein Zufall, sagte Mama. Ich werde Papa sagen, dass er diesmal da bleiben soll, wenn der Weihnachtsmann kommt. Als Papa am Abend nach Hause gekommen war, hörte ich die beiden in der Küche halb laut miteinander reden. Ich ging leise zur offenen Küchentür, um zuzuhören. Du kannst es jedenfalls nicht mehr machen, sagte Mama gerade zu Papa. Er hat etwas gemerkt. Aber wer denn dann? fragte Papa. Vielleicht Robert? sagte Mama. Wir haben Robert doch sowieso zu Weihnachten eingeladen. Da kann er ja. In diesem Augenblick sah sie mich in der Tür stehen, brach mit einem Satz ab und sagte zu mir. Du musst jetzt mal in dein Zimmer gehen. Wir wollen gerade etwas Wichtiges besprechen. Etwas, das nur die Erwachsenen angeht. Damit schob sie mich in mein Zimmer. Und ich konnte jetzt nicht erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten. Drei Tage später war Weihnachtsabend. Wir saßen im Esszimmer und warteten auf den Weihnachtsmann und auf Onkel Robert. Onkel Robert war der Bruder von Papa. Er wollte dieses Weihnachten mit uns feiern. Wo Robert nur bleibt, sagte Papa und schaute auf die Uhr. Er wollte doch schon längst da sein. Es schneit. Vielleicht kommt er mit dem Auto nicht durch, sagte Mama. Hoffentlich hast du nicht recht, meinte Papa und schaute wieder auf die Uhr. Wir warteten eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und ich fragte alle fünf Minuten, wann der Weihnachtsmann käme. Aber er kam nicht und Onkel Robert auch nicht. Papa wurde immer ungeduldiger. Plötzlich sprang er auf, ging aus dem Zimmer und rief uns um ihn ausgehend zu. Ich muss noch eine Kleinigkeit erledigen. Es dauert nicht lange. Ich bin gleich wieder da. Ich fand es sehr schade, dass Papa gerade jetzt weg musste. Ich hatte Sorge, der Weihnachtsmann könnte vielleicht wieder gerade dann kommen, wenn Papa weg wäre. Und wirklich. Papa war kaum fünf Minuten aus dem Zimmer, da klopfte es an der Tür. Und der Weihnachtsmann kam herein. Es war wie jedes Jahr. Erst fragte er mich, ob ich auch immer schön brav gewesen wäre. Dann sangen wir zusammen stille Nacht. Und dann gingen wir alle hinüber ins Weihnachtszimmer. Nach einer Weile sagte Mama. So lieber Weihnachtsmann, jetzt hast du dir einen ordentlichen Schluck verdient. Jetzt darfst du in die Küche gehen und was trinken. Und der Weihnachtsmann ging in die Küche. Kaum war der Weihnachtsmann hinter der Küchentür verschwunden, da hörten Mama und ich vom Flur her laute Schritte und Gepolter. Um Gottes willen. Rief Mama irgendwie erschrocken. Nein, Robert. Da ging die Tür auf. Aber es war nicht Robert, der hereinkam, sondern der Weihnachtsmann. Weiß der Himmel, wie er es geschafft hatte, von der Küche aus in den Flur zu kommen. Vielleicht war er aus dem Küchenfenster gestiegen und zum Flurfenster wieder herein. Er kam direkt auf mich zu. Ich war so damit beschäftigt, meine Geschenke auszupacken, dass ich ihn gar nicht weiter beachtete. Schließlich hatten wir uns ja eben lange unterhalten und zusammen ein Lied gesungen. Da? Willst du denn gar nicht aufstehen? fragte der Weihnachtsmann mit tiefer Stimme und beurte sich vor mir auf. Erstaunt stellte ich mich vor ihn hin. Nun, bist du denn auch immer brav gewesen? fragte er und schaute mich streng an. Das habe ich dir doch gerade schon gesagt. Sagte ich erstaunt. Wann gerade? fragte der Weihnachtsmann. Na eben! sagte ich. Bevor wir zusammen gesungen haben. Wann sollen wir zusammen gesungen haben? fragte der Weihnachtsmann ganz ratlos. Ich wusste nicht, ob er wirklich so vergesslich war oder ob er vielleicht einen Spaß machen wollte. Ich sagte mal überhaupt nichts. Was haben wir denn angeblich gesungen? fragte der Weihnachtsmann weiter. Nacht, stille Nacht, hallo! So weit war ich gerade gekommen. Da schaute ich zufällig zur Küchentür hinüber und da sah ich etwas so verwunderliches, dass ich aufhörte zu reden und mit offenem Mund staunte. Mama hatte doch recht gehabt. Der Weihnachtsmann konnte wirklich an mehreren Orten gleichzeitig sein. Denn der Weihnachtsmann stand nicht nur vor mir mit seinem langen Mantel und seinem weißen Bart. Er stand auch gleichzeitig in der Küchentür, hatte ein Glas Wein in der Hand und schaute verblüfft zu uns ins Zimmer. Als der Weihnachtsmann sich sah, oder man muss sagen, als die Weihnachtsmann einander sahen, machten beide kehrt, gegen Hastie aus dem Zimmer und klappten die Türen hinter sich zu. Nach einer Weile kam Papa zurück und mit ihm Onkel Robert, der inzwischen auch eingetroffen war. Stellt euch vor, ich habe den Weihnachtsmann doppelt gesehen! Erzählte ich ihnen gleich aufgeregt. Aber sie gingen gar nicht darauf ein, sondern meinten nur, es sei höchste Zeit, dass wir nach all diesen Aufregungen mit dem Weihnachtsabendessen beginnen. Was sie allerdings mit Aufregungen meinten, ist mir nie ganz klar geworden. Denn schließlich waren Papa und Onkel Robert ja gar nicht dabei gewesen, als diese aufregende Weihnachtsmann-Verdopplung erlebte. So, bevor Knut und ich euch jetzt in den Armen entlassen und ihr euch über eure Geschenke hermachen könnt, möchte ich euch noch ein kleineres Liedchen präsentieren, auf das ich von einem Freund aufmerksam gemacht wurde. Und das Lied war mir vorher gar nicht so richtig bewusst, aber ich hatte beim Aufnehmen sehr, sehr viel Spaß, weil es ursprünglich, und da werden es einige Kenner wahrscheinlich schon erkennen von, Moment, ich muss ganz kurz gucken, von Odette und Dominique aufgenommen wurden. Und Odette und Dominique sind zwei kleine Kinder und ich versuche sie nachzuahmen mit meiner unnachahmlich wunderbaren kindlichen Stimme. und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Lied aufzunehmen. Zuvor allerdings kommt noch White Christmas, ein wenig Schmalz für die Ohren, auf das es euch zum Ohr hinauslaufen möge. Und im Anschluss von diesen beiden Liedern kommen vielleicht noch ein paar kleine Outtakes. Mal sehen! I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen to hear Sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Oh yeah! Liebe kleine Mama, heute wollen wir dir's mal sagen Und hoffen noch, du kannst mit uns das Leben gut ertragen Danke, dass du mich früh wächst Sonntags mit uns Kuchen bäckst Auch vier Stullen schmieren Und Puppen reparieren Weißt du, wer mich morgens kämmt Und hilft, wenn die Hose klemmt Wer hält die Zimmer rein? Das kann nur Mami sein Liebe kleine Mama, das wollen wir dir mal sagen Und hoffen doch, du kannst mit uns das Leben gut ertragen Ist die Schule endlich aus? Riecht es gut bei uns zu Haus Auch bei den Schularbeiten Hilfst du uns bei Zeiten Wenn du mich ins Bettchen bringst Streichelnd ein Gute-Nacht-Lied singst Denk ich in Wirklichkeit Ist immer Weihnachtszeit Liebe kleine Mama, das wollen wir dir mal sagen Und hoffen doch, du kannst mit uns das Leben gut ertragen Und hoffen doch, du kannst mit uns das Leben gut ertragen Und nun einige Outtakes Damit schob sie mich in mein Zimmer Und ich konnte jetzt nicht mehr erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten Drei Tage später war Weihnachtsabend Wir saßen im Esszimmer Und hatten wahnsinnig viel Spaß Ja, offensichtlich Damit schob sie mich in mein Zimmer Und ich konnte jetzt nicht mehr erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten Damit schob sie mich in mein Zimmer Und ich konnte jetzt nicht mehr erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten Drei Tage später war Weihnachtsabend Wir saßen im Esszimmer und warteten auf den Weihnachtsabend Mach mal! Ich weiß heute nicht Damit schob sie mich in mein Zimmer Und ich konnte jetzt nicht mehr erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten Drei Tage später war Weihnachtsabend Wir saßen im Esszimmer und warteten auf den Weihnachtsmann Und auf Onkel Robert Onkel Robert war der Bruder von Papa Er wollte dieses Weihnachtszen... Zinn! Was ist ein Weihnachtszen? Weihnachtsfest und Weihnachten gemischt Weihnachtszen So, lieber Weihnachtsmann Jetzt hast du dir einen ordentlichen Schluck verdient Jetzt darfst du in die Küche gehen und was trinken Und der Weihnachtsabend In die Küche Sag mal, hast du einen Knall? Ich hatte gerade Kopfkino Was geht denn? Ja, ich bin irgendwie... Fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten